Musik Jo meinst du Verrückten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Minecraft Crazy Lucky Worlds auf dem Hypixel Server So, es geht natürlich gleich direkt los hier Und ähm, ja, wir zocken auf jeden Fall natürlich auf Äh, ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Map? Ich weiß es gar nicht so genau Auf jeden Fall zocken wir hier Solo Gerade eben bin ich einfach auf ein schönes Team gestoßen Da dachte ich mir auch, alles klar, warum auch nicht Team wir erstmal in diesem Spielmodus hier im Solo, ne Also auf jeden Fall, die haben gewartet, bis die Mauer gefallen ist und sind rüber gelaufen Ja, das liebe ich ja immer Solche Leute, die denken, ach komm, wir machen mal das System kaputt So nach dem Motto Ja, also es war auf jeden Fall super nice Alter, wir haben einfach drei Lucky Blöcke schon bekommen Nice So, ging ja jetzt relativ schnell Haben wir hier vielleicht noch einen Lucky Block, ja Wir wollen ja heute mal wirklich richtig Lucky sein Schön wäre natürlich, wenn wir jetzt mehr als drei Lucky Blöcke hier bekommen könnten Okay Ach, hier kommen wir ja gar nicht durch So, zack, zack Und dann hier jetzt nochmal alles abbauen Und ähm, ja, heute habe ich einen Plan Ja, ich habe einen Plan Ich möchte nämlich heute ein kleines OP-Schwert-OP-Equipment-Video machen Beziehungsweise halt so ein bisschen, ja, OP-Verzauberung Ich bin mal gespannt, ob das wohl klappt, das Ganze, was ich mir hier so vorstelle Ich hoffe mal, ja So, aber heute haben wir es auf jeden Fall nicht so mit dem Lucky Mode Warte mal, da müssen wir auch nochmal hin Zack So, wir haben, denke ich mal, jetzt gerade alles gelootet Habe ich irgendwie so ein Gefühl Das heißt, wir placen jetzt erstmal unsere Lucky Blöcke Yippie So Und ping, 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 ping Okay, wir haben, glaube ich, gerade dreimal Wolfsrudel Was ist das denn hier? Silberfische Wolfsrudel Okay, alles klar So, wir kaufen jetzt erstmal uns das hier Was könnten wir uns jetzt noch kaufen? Wir kaufen uns jetzt Alter, wir haben nur sieben Emeralds Ja, dann kaufen wir uns noch ein schönes Diaschwert Einen Bogen So, Pfeile können wir uns auch nicht mehr kaufen Dann kaufen wir uns noch ein Wasser Bucket So Einen schönen Vier goldene Äpfel So, und dann brauchen wir natürlich noch Was? Ich habe nicht mehr genug Ressourcen Was? Die kosten 10 Redstone Das habe ich einfach nicht gesehen Fuck Ja, mehr ist gerade nicht möglich Gut, das heißt, wir probieren es jetzt einfach So, und zwar so mit 8 Level Wir verzaubern natürlich erstmal unsere Ach Quatsch, falscher, falscher Tisch Wir verzaubern natürlich erstmal unser Schwert auf 1 Schärfe 1, sehr nice So, dann natürlich den dicken Brustpanzer auf 1 Schutz 1, sehr schön Ja, Federfall, gut, okay So, wir können anscheinend nur noch auf 2 verzaubern 1, Schutz 1 So, und Explosionsschutz Na ja, YOLO Okay, gut So, wir haben alles in Warte mal, den können wir noch in Nein, scheiße, wir haben nicht mehr genug Level Okay Ach, gut, okay Dann, jetzt müssen wir es wirklich ein bisschen Taktisch klug angehen, würde ich mal sagen So, wir, oh, scheiße, jetzt habe ich einen Silberfisch gespottet Das wollte ich doch gar nicht, scheiße Okay, ich habe noch ein paar Emeralds Oh, ich kann mir noch ein paar Pfeile kaufen So, kann ich noch irgendwas mit diesen 4 Emeralds anfangen? Ne, anscheinend nicht Gut, die ersten Walls, die Pfeilen sind die hier Das heißt Wir gönnen uns natürlich mal wie er Einen goldenen Apfel Und Dann geht's los Und zwar in 3, 2, 1 Los So, okay Und er meint, er schießt erstmal ein bisschen Ja, ja, ja So, und Zack Na Ja Ja, 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 ja Okay, er ist weg Okay, er denkt sich, er kriegt jetzt das krasse Item Das kriegst du aber nicht, mein Freund Oh, 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 oh Nice Silberfische, Hunde Auf ihn Mit Gebrüll Nice Da haben wir ihn auf jeden Fall So Und, ähm, ja Jetzt snacken wir noch einen goldenen Apfel Und gönnen uns den nächsten da drüben Alter, ich glaube, der hätte sich gerade das Krasse, super OP-Item gerade gegönnt Ja, okay, danke auf jeden Fall Für den Schnelligkeitstrank Oh, shit Alter, ich treffe den einfach nicht Ich bin gerade zu blöd zum Treffen So Zack Bisschen Spam hier Oh, 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 oh Okay, er hat uns auf jeden Fall, glaube ich, auch Schnelligkeit mitgegeben So, jetzt komm mal her Hier, ab in die Ecke mit dir Ja 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 Tschüss Nice Da haben wir den Zweiten gekillt Warte mal, einer fehlt doch jetzt noch, oder? Oder ist der auch schon tot? Weiß ich nicht Okay Anscheinend sind alle hier tot Gut Die nächsten Walls fallen Das heißt, wir kaufen uns das und das So Und jetzt geht's los Ja, wir wollen eine Archer und eine Weapon natürlich So Jetzt haben wir einen OP-Bow Und einen OP-Schwert Hoffentlich Okay, Schwert haben wir Schärfe 1 Verbrennung 1 Geil Nice, Alter So Okay, und wir haben gerade noch ein bisschen Rüstung Was wir natürlich von den anderen hier uns nochmal snacken können So Oh, Stärke 2 Schlag 2 Warte mal, da können wir einen Stärke 3-Bow Daraus machen Das probieren wir jetzt nochmal Warte mal, haben wir Haben wir noch Wir haben noch ein bisschen Zeit So, das heißt Wir machen das jetzt mal hier so Alter, wir haben so ein unaufgeräumtes Inventar Ne, das ist krass So, wo ist denn hier der Dingsdamus? Ach, hier ist der Okay So, sehr nice Warte mal, können wir hier vielleicht auch noch was? Warte mal, hier können wir doch auch noch was draus holen So, Schärfe 2 haben wir Und jetzt probieren wir unseren Bogen natürlich noch zusammen zu craften Yo Nice, Alter So, das heißt Jetzt geht's richtig los So, wir snacken uns natürlich nochmal einen Goldapfel Und jetzt kriegt er richtig was mit unserem Bow auf die Nase, Alter Er merkt nämlich auch schon Wow, krasser Bow So, anscheinend Er müsste auf jeden Fall schon ein bisschen Leben verloren haben So, und er brennt jetzt natürlich noch Wir haben ihn schön angezündet So Oh, oh, oh Yes Silberfische macht es Nice, Alter So, das heißt Wir snacken uns jetzt erstmal einen goldenen Apfel So, und dann Probieren wir uns jetzt hier mal Okay, Schärfe 1, Rückstoß, bla 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 So, den Apfel haben wir uns gegönnt So, was können wir uns denn hier noch gönnen? Okay, noch ein Schärfe 1 Schwert Oh, noch ein Player Head Er hat anscheinend noch einen Okay, Schärfe 1 hier nochmal Schutz 1 und Schutz 1 Das könnten wir natürlich gleich zusammen craften Alter, wieso habe ich denn drei Player Heads im Inventar? Hat der sich gar nichts davon gekauft, oder was? Was geht denn bei ihm ab, ey? Okay, so Gut, hier können wir nicht mehr so viel snacken Das heißt, wir probieren jetzt natürlich nochmal Schärfe 1 und Schärfe 1 zusammen zu craften Okay, shit, wir haben nicht mehr genug Enchanting Das heißt, wir nieden jetzt noch ein bisschen mehr Enchanting So, und dann Schärfe 1 und Schärfe 1 So, dann machen wir natürlich das nochmal Scheiße, wir können es jetzt gerade nicht mehr Weil das Problem ist einfach Können wir noch Schärfe 1 und Schärfe 1 zusammen craften? Ja, nice So, das Problem ist einfach Wir haben nicht mehr genug Leben dafür So, okay Ach, warte, wir können uns ja noch ein bisschen Bisschen was kaufen Das heißt, wir kaufen uns noch hier mal ein bisschen davon Und davon und davon So, okay Und jetzt beginnt, glaube ich, schon das Deathmatch Kann das sein? Kann das sein? Okay, und so Zack, wir setzen jetzt unsere Lucky Blöcke ein Das heißt So, wir haben gerade Einen richtig krassen OP Yo, Alter Krass So, das heißt, wir haben Ein paar Portions Ein bisschen OP-Stuff Und jetzt nehmen wir mal Das hier so Und, äh, ja Dann jetzt Let's go it Let's do it Let's go it vor allem Genau, let's do it Hallo, mein Freund Oh, oh, oh So, da haben wir es So, und jetzt Stirb Brenne Stirb, stirb, stirb Nice Das heißt, er Hat natürlich 10 Millionen Healing Pots Also, das ist auf jeden Fall schon mal krass Wie viele Healing Pots er hat Und er kriegt natürlich noch mehr Schaden Durch unsere ganzen Silberfische Schön, schön Macht ihm schön Schaden Leute, macht ihm schön Schaden So, wo ist er hin? Ach, guck mal Da ist er Wow, er hat so ein Explosions-Bow Okay, krass auf jeden Fall So, das heißt Wir snacken uns jetzt erstmal noch mal ein bisschen was So, wo ist er denn? Oh, yo Er hat einfach 24 Hertz auf einmal Wieder was Krass Alter, was Woher hat er auf einmal wieder 24 Herzen? Jungens Alter, wie viel Heilungstränke hat er danach? Ich hab noch einen Trank der Schnelligkeit Okay Das heißt Wir machen es jetzt einfach mal schnell Oh, oh, oh Yo, Alter Krass, 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 krass So, brenne, 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 brenne Ja, ja, ja Wow, 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 wow Okay So, er hat auf jeden Fall Heilungstränke ohne Ende Woher hat er so viele Heilungstränke? Er ist der Heilungstrank-Master of Disaster oder was? Oh nein, oh Gott, 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 Gott Okay, wir müssen uns jetzt mal eben kurz probieren, Heilungsstränke zu kaufen Kann ich mir irgendwie was kaufen? Nein, scheiße, Mist Ah, kacke Okay, ich habe keine Heilungsstränke mehr Das wird natürlich jetzt wirklich eine Katastrophe Oh scheiße, ey Oh shit, man Oh shit Okay, warte mal Das heißt, wir kaufen uns davon nochmal ein paar Und machen mal hier so ein bisschen was Wir müssen jetzt mal ein bisschen auf ihn aufpassen Dass er jetzt nicht komplett eskaliert Dass er uns jetzt hier nicht komplett abschießt Würde ich mal sagen Oh shit, was? Oh Gott, oh Gott, was war das denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Nein, alter halbes Herz Fuck What? What the gosh, alter, nein Oh nein Wieso haben wir denn keine Heilungstränke mehr? Okay, jetzt haben wir hier irgendein Stuff aufgenommen Ich denke mal von ihm Nein, nein, krass GG, alter, was? Wow, ey, was war das denn, alter? Der hatte so krasses Equipment Aber wir hatten auf jeden Fall auch Relativ nice und Relativ geilen OP-Stuff Wir haben drei Kids gemacht, was auch Relativ nice ist, würde ich sagen Ich hoffe, euch hat diese Runde hier gefallen Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da Und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video Bis dann, tschüss Outro 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 Bis zum nächsten Mal.